Und da sind wir wieder, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Part 100, oh Gott, 6, 106, das könnte doch etwas sein. Ja, hm, ich bin immer noch nicht schlauer als vorher, zumindest nicht wirklich. Wir müssen immer noch diesen Drecksfeuer-Dämon töten, bei dem ich mich wahrscheinlich dümmer anstelle als bei den meisten Bossen. Oder vielleicht habe ich einfach nur Pech. Das kann alles durchaus sein. So, wir trinken was, wir gehen rein und hoffentlich fällt er einfach mal von der Leyen um, ey. Ja, ich nehme das Ding mal in zwei Händen. Hände. So, oh, guck einen an. So, komm, 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 komm. Okay. So, zack. Komm, 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 bitte. Klapp einfach um. Okay, momentan geht's. Aber ich sag nichts. Ah, Gott. Okay. So, komm, 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 komm. Ich muss einfach drauf dämmern. Okay. Ah, das hat auch geballert. Okay, okay, nein, oh Gott. Komm, 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 trink, mein Freund, trink. Okay, 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 komm, komm, komm. Alter Vater. Nein, nicht schon wieder so oft. Trink, trink, trink. Okay, weg hier. Scheiße, ich habe es geahnt. Nein. Die Anfänge klappen immer so gut, Mann. Ach, scheiße. Am Arsch, echt. Aber, ja, ich kann eh nichts blocken. Von daher kann ich eigentlich ruhig auch mal mit der großen Attacke und mit zwei Händen angreifen. Um es einfach nur schnellstmöglich zu beenden. Äh, warum? Meine Taste funktioniert nicht. Meine R-Taste funktioniert nicht. Meine RB-Taste. Die funktioniert nicht. Scheiße. Nein, ich bin doch dumm, ey. Scheiße, Mann. Warum funktionierten die nicht? Ich habe keine Ahnung. Soll ich vielleicht mal schweren? Oh, zumachen wir mal ganz ehrlich. Wieso klappten das nicht? Ich sterbe einfach mal. Vielleicht liegt es daran. Ansonsten muss ich gerade mal den Controller rausziehen. Ah, ist das von Kack? Wieso funktioniert denn hier nicht? Das ist schon sehr seltsam. Das ist zum Beispiel. Ich schaue mal auf die Uhr. 50. Jetzt funktioniert es wieder. Ach, warte, mich denn alle verarschen oder so. Ich weiß es nicht. Hat vielleicht geklemmt oder so. Keine Ahnung. Ja. Gut, gut, gut. Ähm. Hm. 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 Ich mache es einfach gerade wie gehabt. Jetzt funktioniert die wieder nicht. Warte mal. Hä? Wollte mich denn alle... Ist es dieser Kopf, der mich da kaputt macht? So ungefähr? So, mehr oder weniger kaputt macht? Hä? So, funktioniert nicht. So, ich kämpfe jetzt einfach mit der schweren Attacke durch. Und hoffe... Nee, geht nicht. Komm, 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 komm. Ah, ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. So. Klappt immer noch nicht. Zumindest klappt die A-Taste. Blocken ist nämlich sehr wichtig. So, bumm. Und komm, komm, komm. Zack. Ist er tot? Nee. Ist er jetzt tot? Ja. So. Alter, wieso klappt denn das nicht? So. Ah, nee, falsche Taste. Die funktioniert, ja. So. Ich weiß nicht, ob ihr es mit dem Mikrofon hört. Drück hier drauf. Und es geht nicht. So. Und. Zack. So, in Anfang auch noch. Und. Zack. Naja, gut. Ich könnte die, ähm, leichter Tag und durchaus gebrauchen. Ey, das ist ja zum Kotzen, ey. Das ist ja echt zum Kotzen. Dann muss ich den jetzt mit der... Naja, gut. Ist jetzt nicht so das Problem, aber... Okay, das war nicht so schön. So, trinken. Ja. Nö. Ah, Mann, ey. Weil die halt auch so lange dauert. Das ist das andere Problem, was ich habe. Ja. Ich darf danach nicht trinken. Merke es dir doch endlich mal. Wieso? Ich hab ein echtes Problem. Die Taste funktioniert nicht. Ich zieh's mal raus. Steck's rein. Bin jetzt auf Player 1 wieder. Ja, jetzt... Hier klappt's ja. Das hat's ja vorhin auch. Mein Bein schlägt ein. Ähm. So, das ist die Maus. Ich hab' ich grad mal weggelegt. So. Wir finden's denn jetzt auch wieder. Oder noch? So, müssen wir... Den jetzt mal gucken. Okay. Jetzt scheint's wieder zu gehen, ja. Hm. Mein Controller hat scheinbar ein bisschen gesponnen. Nun gut. Okay. Aber wir müssen's jetzt... weiterhin so machen. Es kann so klappen. Also, wenn ich nicht ganz viel Pech hab', dann funktioniert das. So. Hopp. Ach Gott. Man kann ja nicht mal schneller sein... Schild wieder vorziehen. So. Jetzt aber. Bums. Genau, das war's nicht. So, ich schau' mal wo. Ach so. Ja. Ich weiß nicht mal nicht. Das 18 Uhr auf die Uhr geschaut hab'. Da ist ein bisschen problematisch. Na ja, machen wir noch einen Try. Und wir können hin hauen. So. Ja, klappt's. Wunderbar, ey. Wunderbar. Na komm. Ja, wenn er zurückgeht, dann hab ich auch keinen Bock mehr. Ihr Affen. Ey, zummer. Zummer. Okay. Dann wieder Reihen. Hm. Was liegt da hinten? Muss... Müssen wir irgendwann mal gucken. Aber erstmal muss ich mich mit diesem Drecks-Armarschierung beschäftigen. So. Okay. Und der erste... Der erste Bums. Ja, toll. Toll. Ja, voll. Ja, toll. Axt. Ja. Macht noch eine. Ja, macht er. Okay. Hopp. Danach muss ich es trinken. Okay. Und der macht die Axt. Oh, wow. Das war echt knapp, ey. So. Ja, ich hab's geahnt. Aber ich hab immerhin nochmal getroffen. So. Komm, 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 komm. Komm, komm. So. Hopp. Ach, das braucht Feuer. Ja. Ich dachte, da macht den Axt Schwung. So. Federn. Und zack. Okay. Hat nicht so geklappt. Ja. Nein! Ah! Mann! Die Nachbarn, die liefern mich gleich ein, wenn ich so laut schreie. Ach, Mann, ey. Leute, helft mir auch. Ach, Mann. Na ja. Ich geh nochmal bis, kurz vor den Eingang, also bis zum Taurus-Demon. Und dann machen wir Feierabend. Ach, ich, es ist kotzen. Es ist echt leicht zum kotzen. Mann. Ich mach, glaub ich, erst mal eine kleine, quitzige kleine Pause. Zehn Minuten. Mein Bein ist mich wirklich schwer beeingesprachen. Das ist gerade sehr unangenehm, muss ich sagen. Und dann geht's weiter mit der Session. Dann werde ich mich zumindest im Part Hundark. Ich hab keine Ahnung, Part 07 wahrscheinlich. Weiter mit diesen Idioten auseinandersetzen. So, komm mal her. Komm mal her, Brunchen. So. Zack. Scheiße. Ich sollte nicht zweimal hintereinander angreifen. Ich sollte es doch mittlerweile gelammt haben. Ich bin resistent, äh, resistent gegen Lamm. Scheinbar. So. Zack. Okay. Naja, wir machen erst mal Schluss für heute. Wir sehen uns morgen wieder in Part 107 wahrscheinlich. Ich weiß es gerade nicht. Verzeiht mir, wenn ich nicht genau weiß, in welchem Part ich mich befinde. Das ist schon lange her. Naja, wir machen morgen weiter. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.